Na, das ist ein Scherz! Ja, dann nimm die Kay oder so einen Bums. Ja! Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Dota 2. Diesmal mit Luis und Geron. Luis spielt Crystal Maiden. Hast du die Spiele zum ersten Mal, oder? Yes. Und Geron versagt wahrscheinlich mit Chaos Knight. Ich spiele nach langer Zeit mal wieder Gyrocopter. Es kann nur schlimm werden. Aber bis jetzt habe ich immer gewonnen, wenn ich First Time Hero gespielt habe. Stimmt. Jetzt müssen wir verlieren. Ja, und danach versagst du aber komplett dann. Kein Bock mehr. Dann will ich Legion nehmen. Ja, okay, cool. Geht nicht. Die Kay geht auch nicht. Guys, you enjoy MMR-Game or normal? Normal? I guess. Okay. Interessante Frage. Ja, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Das ist aber ein 30-15 hier im Moment. Die Pickelhaube. Ich bin mir vom Sniper geklaut. Ist sicher das. Das ist ein ganz schön dickes Ding, was ich hier habe. Äh. Ja. Ja. Äh. Und dort aus. Ihh. Oh, wie viel. J problèmes. Hört man auch etwas von meinem Game oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Ich habe es jetzt nämlich auf 5 Prozent Ballokuёв Serial. Dööö. Da komme ich noch etwas afkarum. Ja, nicht AFK, ich war gerade noch hier. Achso, du sammelst dich. Das ist eigentlich ein ganz cooles Set, was ich hier habe. Aber irgendwie ein bisschen too much, finde ich. Ich finde, dieses Gesicht vorne erinnert mich irgendwie voll an diese Frau von Chikos Reise in Zauberland. Kennt ihr das? Boah, Alter, das habe ich so lange nicht mehr gesehen. Wie heißt das Studio nochmal? Das hier war mit dem Studio. Nintendo. Ne, die haben ganz, ganz berühmte, ich glaube Chikos Reise in Zauberland oder wie das heißt. Zauberreich oder so, hat auch irgendwie drei oder vier Oscars gewonnen. Oh boy. Hier ist schon gut Action. Oh ja, das sieht aber nicht gut aus für euch. Äh, nicht so. Hallo. Haha, alles scheiße, habe ich gar nicht gekriegt. Ich wollte das sagen. Aha. Oh, ich gehe mal weg. Das wäre eine gute Idee, glaube ich. Oh. Oh, schade. Oh, stark. Haha. Loser. Obwohl, warte. Ja, soll ich dich heilen? Ja, da komme ich drückte mal. Ja, dann komm mal ran auf den Meter. Ja, von dem Geld konnte ich mir... Die grünen sind schon unten. Oh. Du, 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 du. Ich habe ein Ohrwurm. Komm, Sprillbracker. Na, hast du Bock? Und, und, und. Oh. Hm. Ähm. Äh. Äh. Wir waren ein bisschen auf dem Flag. Oh, da kannst du es vielleicht machen. Nee. Oh, ich hasse Juggern. Oh, 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 oh. Ja, das war es für mich. Oh, das war es nicht für mich. Oh, das war es vielleicht für mich. Ah, der Blocker. der block hat verkackt der blog mich ja schon ein bisschen hat es dann wer wirklich den kauf vielleicht machen jawohl der stirbt ich werde fast dort du musst du das machen ich kann ganz gut damit verteilen glaube ich wenn der an mich dran will ich da darf ich nur nicht killen also nur mal so am rande ich mach doch gar nicht so viel damage und jetzt hast du die bombe ich habe auch erwertet der mana ist natürlich nicht so geil ah nice luis bist du eigentlich gemutet luis ah ok aber hast du gut gemacht luis fühle ich ich habe zwar nicht nachgeguckt was du gemacht hast aber du hast ein lastet gemacht das reicht vielleicht hast einen kegel geklaut dann vielleicht hast du es doch nicht gut gemacht ich nehme alles zurück der alte englisch profi studierst du eigentlich englisch ist es englisch auflärm jetzt soll ich die ganze zeit mit luis reden jetzt soll ich die ganze zeit mit luis reden also ich mache gar kein damage ich habe ich habe wieder naja ja 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 den kann wir vielleicht machen jetzt der macht dich vielleicht er macht mich aber den kriegst du doch den kriegst du doch oder du kriegst den nicht das ist ein scherz Ah, sehr gut. Was ist das denn hier für ein Game? Wir sind halb alle im Krepieren und Moment, heißt der? Alter, der ist Master Oogway. Das ist von Kung Fu Panda, die Schildkröte. Der Vater von Po. Nein, die Schildkröte. Ah nee, da war ja der Nudelverkäufer. Ja, ich wollte gerade sagen, der Vater von Po, von dem Panda ist doch kein Schildkröte, das ist der Ente. Äh, der Gans. Das ist viel logischer. Ja, ich bin halt... Ja, ein bisschen, ein bisschen... Lauer von einem mitgeben. Guck mal, der haut wieder ab. Was sagten so dein Last-Hit-Game? So, bin wieder nah. Perfekt. Ist okay, aber ich meine, ich hab ja schon okay. Ja, ich studier Englisch. Weil du gut Englisch schreiben konntest. Genau. Weil du englisch oder was? Weil du englisch bestes reden konntest. Nein, da war nicht mal ein Satz. Äh, äh... Du hast ein Wort gesagt. Okay. What the fuck Ashradinin. Betrüger. Guck mal, wir kriegen richtig auf die Fresse, ey. Echt? Bin ich? Ja, weil der Kottel halt ziemlich auf den Sack gibt. Oh, der konnte's wegmachen. Der konnte's wegmachen. Nur so ein Scherz. Komm, jetzt hau mir noch mal ein Crit hier rein. Was ist das denn hier? Oh, Nils, den können wir aber machen. Ich mach dir mir gar keine Schade. Komm, Crit! 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 Boah, da hab ich fast einen Kehl geklaut. Äh, fast einen Kehl. Da hab ich natürlich extra wieder weggegangen. Ähm, hab ich gesehen. Ich bin quasi genau neben dir. Aber ich bin dank, dass jetzt Nils läuft eigentlich ganz gut aus. Ja, das ist, also, man muss dazu sagen, für den Dota Donnerstag, wie ich das Format nennen will, äh, habe ich jetzt schon fünf Anläufe gebraucht. Weil wir jedes Mal komplett auf den Sack gekriegt haben. Aber nicht mal so knapp, sondern so richtig. Ihr seid jetzt auch schon die dritte Besetzung, mit der ich das versuche. Kann nur besser werden. Oh. Na. Gleich ist immer Tag beziehungsweise Nacht. Fünf Minuten. Also immer genau bei der Fünf-Minuten-Wende. Oh, mach ich den Damage. Oh. Zack. Nein, ja, verdammt. Äh, ja, cool. Geron, da hast du gut gemacht. Wir wollen dich hier nicht klauen. Ach, scheiße. Alter, Kottl geht so auf den Sack. So geil. Der macht wahrscheinlich seinen ganzen Geisterritter. Der Geräusch ist doch viel besser dabei. Oh boy. Ja, ich bin Ripp. Natürlich kriegt der Instant-Pack. Oder auch nicht, oder auch nicht. Sauer doch. Äh, doch. Ja, ich hatte einer P. Dann. Na, ist auch der Kottl stirbt. Unser Sven ist jetzt auch nicht der Beste, oder hat der kein Pech? Ja, doch geht. Ja, wir werden halt ultra weggebumst. Wen haben wir in der Mitte? Hootwink. Ja. Und warum ist er dann ein Betrüger? Oh. Könnte ein Deutscher sein. Oder ein Google-Übersetzer. Ja, nein, ich glaube nicht. Hyperfield. Heißt, den Hyperfield ist auch bei 7. Ja, der macht jetzt übrigens bei Twitch, ne? Ja, hab ich schon gesehen. Aber der ganze Chat wird nur voll damit sein. Der hat zig Habige gekauft, die erhalten. Die halt dann versteigert. Oh Gott, der macht, glaube ich, seine Ulti. Ah, nein, nein. Der wird uns auf jeden Fall nicht killen, glaube ich, damit. Solange halt zum größten Teil bei mir drauf geht, nicht. Ja. Ja, ich habe auch recht viel Leben. 940. Ja, vor allem, ich habe jetzt auch noch mal Rüstung gekauft. Ich habe auch noch eine Ulti, also. Oh, top is missing. Ich könnte mal. Meine Ulti könnte ich ja meine auch damit. Mhm, mhm. Dinge so. Alter, was bringt denn mein, mein, mein ich hole, ach so, brauchst du Hilfe? Oh, nein, geht schon, glaube ich. Außer der macht jetzt seine Ulti. Ah, der macht seine Ulti. Ja, was, das überlegt. Okay. gelassen vom Creeper bekommen, oder? Hat er gegangt? Nee, der hat, äh, aber Sniper kommt nach unten, oder? Ja. Ja, oder Jungle, weiß man weiß. Der hat den Kottel abgeholt beim Bounty Clown. Der stirbt, der Bristleback stirbt fast von meiner... Der gute Bristleback. Äh, ja, ne? Oh, doch, doch, äh, Sniper kommt. Ja. Aber damit lässt sich arbeiten, glaube ich. Junge, mach ich Schaden! Huiiii! Huiii! Huiii! Oh, er soll noch mal reinrennen. Und jetzt? Geh mal, geh mal nicht da ein. Na gut. Ah, okay. Oh. Och. Ist so irgendwie ein Stun, oder so? Oh, chillig. Schon wieder ein Kill. Sehr gut! Oh, ich kriege voll auf den Sack. Äh, Brosti, irgendwas. Ich muss jetzt nur weg. Hast du jemanden so wird wie Mana, Nils? Äh, nee. Warum? Braust du Mana? Also ich bin auch nicht bei dir, ne? Oh, Gott! Achso, Anne, du ist, äh, der, der Tag-Nacht-Zyklus wird beeinflusst durch den Nightstalker. Seine Ulti ist, dass der Nacht macht und dann ist er stärker. Och, fuck, ey! Scheiße, der hat meine Ulti gecancelt. Ahle. Der macht echt krank für Schaden nachts. Ja. Wie, fuck. Der Nightstalker. Okay. Jaron, komm mal, komm mal auf den Media. Achso. Oh, und jetzt? Nein, können wir machen, vielleicht. Ja, komm. Oh, der war, der war nicht schlau. Ich glaube, dass wir sinken. Nice. Ja, ich habe leider keinen Stun. Oh, schade, ich dachte schon. Naja, lasse mal. 3, 2, 1. Oh, oh. Oh, oh. Aber guter Versuch. Oh, der macht den, der macht den, der macht den. Der krass. Nice. Nein, fuck. Junge. Oh, ich bin nicht die, nein, ich bin die, nein. Ach, scheiße, ich kann dich nicht die, nein. Ja, ich stimme, ich hätte man ja meinen Arm hier nett. Hm, jetzt sieht es aber nicht so gut für ihn aus. Ja, doch, doch. Kann er leider gerade nichts machen. Oh, natürlich. Bing. Fuck. Jetzt muss man klauen. Ja, ich versuch's. Also, ich gebe mir wirklich... So, eigentlich hast du irgendwie so weit wie ein Tango oder so, weil ich habe irgendwie gerade nicht so... Nö. Kiss dich. Ich habe dir schon einen Trank mitgebracht, den verkackt. Ich bin 6-0 gerade. Also, das war's gut. Ja, das muss sich ändern. Ich muss 6-0 stehen. Aber das geht schon nicht mehr, weil ich schon einfach gestorben bin. Ja, ich kann mich ja an Creeps hochheilen. Da war ja was. Ah. Hm. Kennst deinen Helden auf jeden Fall gut. Äh, ja. Anscheinend besser wie Lietz. Hier, hier. Ja. Ja, guter Stun. Gute Stun. hat sich denn jetzt mit dem geld machen gab diverse mal wo man sagen die mal hatten dann immer habe ich vor da oben kommt ich bin nützlich noch nicht ich bin dann ist nützlich stark nils nach mann ist doch scheiße alles auch vor allem snipe hat sie alle bekommen das ist richtig scheiße weil der eigentlich nicht so gut ist jetzt gemacht ja das geht besser glaube ich okay also laut dota plus muss ich mir eine rapier wohl ich glaube das wäre wenn ich so gut aber ich habe kiel gemacht ja easy jungen kannst du mal kommen hallo Junge! Der checkt aber auch gar nichts. Absolut nicht. Der wird jetzt gerade angeschaut, so. Alter. Luise wird von dem gerade gemacht, er farmt gemütlich weiter. Achso. Ja, ich glaube auch. Ja, dann sollen wir den unterm Tor fighten oder wie oder was? Oder wie oder was? Oh, da ist ja ein Hoodwing. Fuck, fuck, fuck! Epic! Den hätte ich ge... Wann macht denn der Hoodwing da? Oh, ich dachte schon. Ein bisschen riskieren. Naja. Ein bisschen feeden, oder? Der muss ja Content geben am Dota Donnerstag. Ja eben, Dota Donnerstag. Das ist eine etablierte Sendung hier. Da muss er doch ein bisschen was zeigen. Ja, ich weiß nicht. Tschüss! Boah, krass, du isst. Jetzt hast du aber abkling Zeit, ne? Ja. Naja. Egal, dafür haben wir einen Tower. Das ist viel, viel besser. Oh, nee. Tschüss! Meins! Oh ja, super. Die ulti hat sich als super gelohnt. Aber Luis, hier, guck mal. Bam! Mana! Ja, Luis, das war ich ganz gut für dich, damit du Gold bekommst, oder? Ja. Ich hab gar nichts bekommen. Nee. Ja, egal. Dachst du mir das? Hier. Die Dinge meine ich. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Ja, haha, ja. Ich hab gerade den Gold bekommen. Ja, Nils, wo sind sie denn? So, wir unten mal wieder hier. Ja, uno momento, por favor. Ich komm wohl mit runter. Ach, du kannst nicht, du hast auch keine Ulti. Was ist das? Ja, ja. Ein Üseles. Üseles. Oh, du kannst auch noch Französisch. Oh, oui, oui. Ja, Üseles. Ja, ja. Da endet dann auch. Wer hat denn die, die Dinges gefortified? Blinkt der ja auch mal mit der Erde. Oh, ich werd, glaub ich, gegankt. Das ist schlecht, ich bin nämlich nicht bei dir. Ich kann... Ich hab einen 50 Sekunde, Uli. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Na, ich, ich escape. Ne? Ah, ne, ich mach ein Kill. Oh, ich sterne. Ich komm, bitte durch. Gis, I will die. Aber, da lief ganz gut. Ja, war ganz okay. Ich hab auch ein Kill bekommen. Ja, das ist mir egal. Ich wollte schon sagen. Das interessiert der geil. Ich wollte gerade sagen. Ähm. Ähm. Jetzt hier kommen wieder die Upsnacker, weißt du, alle drei hier. Oh, ein Kill, vielleicht. Wo ist der Junge? Hä? Hallo. Warte. Boah, komm. Oh, komm, 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 komm. Oh, komm, 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 komm. Oh, hier, guck mal. Let's doctor. Oh, ja. So, geht doch. Oh. Oh, mit Boi. Oh, aus Bera und Fangen. Genere, ja schon. Genere, ich bin nett. Ultii! Oh, gute Uli. Nice. Oh, ganz okay, Ulti. Also, ganz okay, Ulti. Zumindest. man muss ja den tag nicht vor dem abend loben gute alte weisheiten hier für mich und ich gehe einfach in wiss den haben wir den haben warum geht er denn auf dich ich weiß nicht was ich mir kaufen soll ich weiß ja ob bkb so das wahre ist ganz ehrlich ich schwebe und musste treppe benutzen mir fehlt einfach der realismus im spiel aber an dotter donnerstag soll uns das nicht aufhalten weil wie er weiß dotter donnerstag ist auch der beste wochentag leute das wochenende ein quasi gut dass wir einen sonntag aufnehmen nein das ist ein donnerstag oh wer ist in grün ich habe auch nicht gesagt dass heute ein guter tag ist luis ok aber ich wette wenn ich das gucke oder wenn andere das gucken die haben den besten tag der woche zumindest ist ich eben einer wohnen lassen äh luis 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 pass auf pass auf pass auf pass auf was sagt ihr denn was ich mir gerade kaufen soll äh rapier und ok sven na warte ich bin silenz soll jetzt zack fach da kann doch nicht wahr sein wie du jetzt ein kack kids kriegst das ist genau richtig jetzt nee 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 jawoll NEIN oh nein ich muss weg ich muss weg ich muss weg ich muss weg jawoll nein der hat mir den geklaut mann ja 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 oh ja 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 jawoll meiner oh weg 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 oh man so kauf ich mir denn jetzt ach komm ich geh für monkey ging bar ab dafür oh johann hier ist eine rune die hast du nicht mitgenommen ach ja die nehme ich auch gleich mit einmal mit profis arbeiten an einem dotadonner sein nur hochkaräter machen damit safe ich kann theoretisch gleich rush machen ich muss auch die ganze Zeit wie so ein behinderter unter meine webcam gucken weil die genau über der zeit hängt ja ich bin jetzt was rune der gunst nee dann weißt du wieviel ach so ah ja danke ja obwohl ich kann ja selber auch alt drauf machen oh gut dass ich jetzt 25 minuten dafür gebraucht hast wir müssen kämpfen ich bin tot ja 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 da konnte ich sorry aber da war es einfach zu schnell tot ja 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 das war es dann auch wieder mit den hochkarätern am dotadonnerstag ja ja ich fühl mich sehr hochkarät jahr ich bin noch da ich bin noch da ich bin noch da tot auf wen geh ich denn jetzt Hilfe! Wo denn? Ach da? Ja dann... Mach die Unsichtbarkeit! Ich bin auf dem Weg! Ich bin auf dem Weg! Jawoll! Komm! Jawoll! Wo ist er? Da ist er! Jawoll! Gebetet! Joram, kannst du einmal mit hierhin kommen, dass ich warnen kann? Oder die warnen kann? Oder das warnen. Und sowas gibt es nur beim Dota Donnerstag. Subscribe für mehr! Mal gucken, wie oft ich in einem Video Dota Donnerstag sagen kann. Dann brauchen wir auch einen Dota Donnerstag-Counter. Am Dota Donnerstag. Wer die richtige Anzahl in die Kommentare schreibt, darf nächstes Mal beim Dota Donnerstag mit dabei sein. Außer wenn es Marc Tanel ist. Ich predigte schon mal auf so dreimal. Ja... Mit dem hast du doch eigentlich immer einen Dota Donnerstag, oder? Ja, das stimmt. Aber das ist auch ein bisschen anstrengend manchmal. Wenn man in der Elo ist, in der Bahn, also doppelt so hohes oder dreimal so hohes wie meine. Das kommt halt nicht auf dich an, das kommt immer auf den Marken an. Aber... Oh, Mitte, 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 Mitte. Oh, nicht. Boah, der will aber auch kämpfen, ey. Leckt mich an eine Sorte. Erstmal, wenn ich fünf Leute alleine kämpfen, oder? Richtig Bock. Und der schafft ja auch noch. Und der überlebt es? Der hat sich... Ich bin halt leider letzter gerade. Boah. Geh, überlegen doch nicht. Uuuu. Ah, der Scherz, ey. Dann kriegt Luis eher einen Kier als ich. Ja... Das war alles rigged hier. Ja, komm, lass mal rushen machen. Aber ich nehme mit. Nee, ich wollte dann ne. Ich wollte dann ne. das war ein schneller rush 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 natürlich luis hier bieteschön ich mir denn jetzt man oh ein mindbreaker ich hab den mal die dings geblockt hier ron nimm du das mal mindbreaker oh da unten ist schon wieder action richtig bock war er ist gar nicht da ja der schwer tut er kann doch mal aufhören jetzt ein bisschen die immer mal zurück immer zurück immer zurück ich komme ich komme ich komme jetzt können wir wieder wo ist ja hier dabei aber ich hier geht dahin dass ich dir doch ich denke mal dass der echte ja 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 der hinterher ist das ist nicht ich kann ich nicht kriegen das ist nicht der richtige so ein bisschen peitschen habe ich auch bock drauf kann er nicht eine sekunde früher stun ich war nicht schnell genug diese wunderschöne französisch geht unten was ab gracias und bringt doch so gut für dich was hatten wir eigentlich so für ein fahr ist schon ganz ok ich glaube die wollen ungleich party machen ich glaube auch wenn wir kommen weg oder das ist ja sehr gut sehr gut sehr gut ich komme auch so vor ich komme auch sofort da bin ich drei ersten sniper oder wir sind alle tot hatte der hat nicht gesteilt der war doch unsichtbar der pete an können jawoll schön dass dann nein wir können richtig bei dotter donnerstag wird immer gegönnt so ist unser dotter donnerstag kennt ihr das ich auch gemacht auf donnerstag scheiße muss arbeiten oder uni und dann heute kommt der dotter donnerstag video und ihr seid auch noch dabei also das ist ja besser tag aus lebens der natürliche und abhauen abhauen aber gebremst ich hier weiter leute an mir doch nicht da ist ein scherz genau der sekunde ist mein eges abgelaufen das ist ein scherz ich dachte so wieso komme ich denn nicht wieder auch sowas passiert am dotter donnerstag das ist der dotter donnerstag loops kämen war das gegen uns oder gegen die gegner weiß ich was er meint ehrlich gesagt ja doch die gegner die versuchen ihn zu killen und dafür sterben aber alle anderen glaube ich hoffe ich bestimmt naja ja ich hab 23 assist ich bin so nützlich ich bin so nützlich ich bin so nützlich ja und wäre mir nicht die ganze zeit die kills geklaut worden hätte ich noch diese kills aber ich hab auch 16 assist ja 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 da war es halt aus versehen dabei das war das war ein kratzer reingehauen aber ja ich bin mal drüber gelaufen ja ich bin tot hm 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 und er hat überlebt er hat überlebt er hat überlebt so frech überraschert oh oh ich bin tot ja ja ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich bin da ja ihr macht das schon das wenn nicht aber der scherz hier macht den den ja der kommt auch in den arme einfach ja ja zack 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 bam und weg damit das ist ja und dann auch sonst wirst du nicht geil zack dann weg das sah jetzt schon wieder ganz anders aus dann ja ich soll vielleicht mal mein item aus dem kurier nehmen das wäre glaube ich ganz gut das wäre manchmal auch ganz nützlich ja ich habe schon ganz trocken im mund ich glaube das meinen die gegner weil den gekillt haben während der afk war jetzt habe ich sogar nur ein zweites an der säge aber ich bin gerade allein und merke ich gerade ich sollte vielleicht mal wer ist denn grün ja ok ja 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 Zusチャット mitmachen so nicht wirklich geil 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 ich kann der hier bald auch mal an mich immer wieder zu ulten hm machmann hör doch auf hier eh kill zu klauen da ist noch ein strapper ja oh den können wir auch machen hier hast du hier jawoll nein schade zu spät egal machen wir trotzdem machen wir nicht was ist der denn für immer Ball das ist ja dass wir aber hart den arsch gerettet die decke also wer sowas versucht stehen und auch immer noch den abend an ja guck mal die grad machen was russia hat das gut für mich der für mich aber auch für mich erst ich kann mich auch typen warum glaube ich kann man schieß abgehen ja du nimmst du schießt oder wer ist nieder oder so dass man dahin ja sehr unauffälliger tp auch von dem ja keiner gemerkt kommt dann haben wir den tower noch weg dann sind wir erst mal hier weg ach guck mal die wir zu unserem vorurteil genutzt zack haben wir schon sagen jetzt alles easy kommst du einfach mal auf ich krieg kein kill mehr jawohl ja der kann nix ja der wird sehr viel auf mich gehen wenn wir so weit wie leben so wichtig bist du auch nicht ja doch du bist bestimmt ziemlich wichtig ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß oh illusion cable ist noch besser für mich kann ich da auch irgendwas von gebrauchen ich habe nicht zugehört ich habe nicht zugehört das war hier oder aber 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 ja was will der denn hallo Nö, 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 nö. Nils, ich komm sofort. Nils, Nils. Ja, schwieg ich. Jawohl. Nein, mein Kind. Nein, verdammt. Jawohl, der Herr war. Oh, die haben hier einen Spellprism liegen lassen. Nee, das waren glaube ich nicht die. Oh, oder so. Das war ich vorhin. Auch gut. Ich meine natürlich. Kill, kill, kill. Kill, kill. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Nein, bitte nicht der. Hallo. Ach scheiße, ich lau da noch rein. Nein. Oh Mann, Luis. Ich wurde geforst. Geil. Aber sowas bringt man doch nur am Dota Donnersack. Komm, kill, 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 kill. Nein, das ist ein Scherz. Ich mache mal hier die Barracks ein bisschen kaputt. Ja, ich mache das alles kaputt. Na ja. Oh Gott. Juhu. Obwohl, aber du darfst das jetzt auch sein, nachdem wir uns so geradeaus machen. Ja, ich wollte es sagen, ja vor mir. Wir können auch beide nicht mehr reden. Wir können reden? Ja, geh, geh. Ach Mann. Dieser Ball. Komm, 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 komm. Jawohl. Ja. Ja, nice game, oder? Geile Runde. Ey, der Dota Donnersack. Der Dota Donnersack wieder. First Try Aufnahme. Erste Runde, die wir gemacht haben. Ja, dann hat der Schradin Betrüger sich aber auch verdient. Ja, schnell. Luis, hast du gut gemacht. Ja, 4 in 3, wenn man Frostbite. Ja, das war es dann wieder mit dem Dota Donnersack. Vielen Dank fürs Mitmachen auch. Und viel Glück fürs Zuschauen. Ja, das war Das. Untertitelung des ZDF, 2020